Wir beide viel gemeinsam, seit letztem Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Ich hab' mir doch nichts gemacht und ich hab' mir vorgenommen, möglichst bald mit dir zusammen zu machen. Viel Spaß, aber nicht noch eins, gibt es ein Ding, warum muss ich hier denn ganze Zeit? Gibt' nur Geschenke schenken, wie im Langsten Dach. Ich wünsche wieder drei dafür, haben alle jetzt neulich noch heute im Stadt. Ab hier kam sie neulich mit dem neuen Teil, aber dabei hab' ich mir noch gesagt, ich bin die Stadt leid. Ich hab' mir wieder wieder, und ich meine nicht, dass ich das meine, ja. Ist es Tida, die da am Eingang steht? Oder Tida, die den Kopf verdreht? Ist es Tida, die mit dem dicken Pulli an? Nein! Oder Tida, 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 Tida. Ist es Tida, die da sitzt, ist die Tida? Oder Tida, oh, 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 ist die Tida? Zina, 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 Zina. Oder Lina! Das ist Dina! bereit auf die Schließt. Zina, 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 Zina. Zina, 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 Zina! An diesem Blatt, mein Papa, ja gut! Wow! Whoo! Whoo! Brutal! Was war das denn grade? Geil, oder? Einen Riesenapplaus noch mal bitte! Juhuu! Wow! Brutal! Was war das denn grade? Geil, oder? Ein riesen Applaus noch mal bitte! Markus Leuchter, Piano!